Herzlich willkommen zu diesem Zeitcast Nummer 27. Ich habe es gerade gesagt, es ist das 101. Video auf meinem YouTube-Kanal. Und irgendwie, Marina Ort, die Zahl freut dich, hast du gesagt. Wir merken jetzt schon, es wird energetisch und bedeutungsvoll. Herzlich willkommen. Ja, vielen lieben Dank, lieber Ralf. Ich freue mich, dabei zu sein und ja, 101. Das ist ja das große Ganze, der Kreis. Das finde ich ja ganz herrlich und letztendlich gefällt mir das, in der Mitte zu stehen mit der Null. Ich habe das schon gemerkt in der Vorbereitung, wo ich ein bisschen über dich recherchiert habe, dass du ja auf eine faszinierende Art Hardcore-Business und Hardcore-esoterisch-energetisches miteinander verbindest. Du bist die erste lebende Geomantin, mit der ich mich unterhalte, seit über 20 Jahren. Das finde ich super spannend. Und was ich auch gerade von dir erfahren habe, ist, dass du kurz nach dem Kongress, aber nicht damit im Zusammenhang stehend, dein NLP-Institut an den Nagel gehängt hast und dich jetzt in energetische Gefilde aufmachst. Das ist aber, glaube ich, wiederum im Business-Bereich, oder? Ja. Also du verbindest die faszinierendsten Sachen. Ich hoffe, wir kommen mit einer Stunde Gespräch durch. Ich gebe dir mal die Bühne frei, dass du dich vorstellst. Lieber Ralf, das ist so herrlich. Ich muss selber manchmal, gestern habe ich mit meiner Familie gesprochen, habe gesagt, ich bin ganz baff, was da alles miteinander irgendwie verschmilzt mittlerweile. Und es ist noch keine zwei Jahre her, wo ich mich dann der Geomantie auch gewidmet habe, wobei ich das ja schon seit 2009 mache. Können wir mal ganz kurz einfügen, was Geomantie ist? Weil vielleicht kennt nicht jeder das Wort. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Also eine geomantische Arbeit, oberflächlich betrachtet, ist wie Reiki für die Erde. Wir schauen einfach, dass da eine gewisse Harmonie wieder zurückkommt, eine Balance, so wie wir es in unserem Körper, in unseren Zellen ja auch benötigen, um ein starkes Immunsystem zu haben. Und das finde ich ganz gut, weil die Erde ja auch eine Art Erkrankung erleidet. Und je nach Betrachtungsweis ist es ja auch für den einen oder anderen Lebewesen, für mich schon, Mutter Gaia. Und da darf man natürlich das so ein bisschen betrachten als Aufschwung, wie ja auch mein Unternehmen heißt, dass wir selber als Menschen jetzt aufschwingen, aber auch die Erde steigt auf. Und wenn das miteinander harmonisch ist, Mensch und Erde, dann ist das so eine gewisse Heilungskraft. Dann geschieht Heilung aus der Natur heraus, aus dem Naturverständnis. Und da gibt es natürlich klassische Geomanten, die das in der Ursprünglichkeit des Bauens auch schon viele Jahrtausende zuvor gemacht haben. Und Kraftlenkung, Steinlenkung, Kraftplätze, Brunnen, das ist, glaube ich, so die bekannteste Situation, Routengänger, die Brunnen gefunden haben und so weiter. Ja, und jetzt haben wir natürlich noch viel mehr. Wir haben ja jetzt Verwerfungen in der Erde, wir haben Infraschall von den Windrädern, Radioaktivität. In unserer jetzigen Zeit ist es schon wirklich turbulent im Außen. Und da kommt es auch echt darauf an, dass wir unser Zuhause, was ja eine Erweiterung unseres Raumes ist, und auf unserem Grundstück wirklich auch ein Stück weit für eine Balance sorgen. Ja. Ist das dann, platt gesagt, die keltische Antwort auf Feng Shui? Interessante Idee. Also ich habe Feng Shui kennengelernt, das war so eins der Ersten, während energetisches Feng Shui von meiner Schamanin schon 2009, wo ich da so einen Hangfügel gekriegt habe, natürlich in meinem stillen Kämmerlein, dann Feng Shui auf Farblehre basierend und wie der Grundriss im Haus ist, was dich auflädt mit deinem Geburtsdatum zusammen. Und danach habe ich Vasto kennengelernt. Vasto ist das Ur, meiner Auffassung nach, das Ur-Feng Shui unserer Welt, würde ich sagen. Und dann habe ich... Kommt aus Asien? Ja. Kommt aus Asien? Mhm. Ist aus dem Sanskrit auch. Also konnte auch nicht jeder lesen, als ich es kennengelernt habe, war die Übersetzung auch zum Teil, wenn man jetzt mal guckt, auch in Deutschland noch ein bisschen oberflächlich, aber ich habe eine ganz tolle Vasto-Lehrerin und auch im Rahmen meiner Online-Kongresse haben wir darüber gesprochen. Und was wir alle wissen, ist ja, dass unsere Umgebung auch unsere Zellen beeinflusst. Und das ist so das, was mich eigentlich immer tiefer hat einsteigen lassen, aus der Epigenetik heraus zu sagen, okay, mein Umfeld spielt schon eine große Rolle, wie es mir geht. Und dann kam das eben, dass die Geomantie noch darüber hinausgekommen ist, wo ich dann gemerkt habe, okay, die feinstoffliche Erde, so wie wir unsere Aura haben, hat die Erde das ja auch. Und dann war ich schon fasziniert. Dann war es schon vorbei um mich. Ich habe, wie gesagt, vor, glaube ich, über 20 Jahren mich damit mal beschäftigt und habe damals irgendwo im Ruhegebiet Gärten besucht, die irgendjemand, Bukaschnik oder so ähnlich hieß der Mann, ich weiß, ob der Name richtig ist, nach irgendwelchen Bergbauverletzungen geheilt hat. Und das waren wirklich Orte, die hatten, ich kann es nicht anders sagen, die hatten eine Sauberkraft, die hatten eine Ausstrahlung. Und da hat er zum Teil nur irgendwo ein, zwei Steine hingelegt und plötzlich hat sich die Energie geändert. Also das ist wirklich faszinierend, so Kraftorte schaffen zu können. Und Ralf, wenn du das jetzt umdrehst, vielleicht ist das ja auch spannend für die Zuhörer oder Zuhörerinnen, so ein paar Steine, die wir bewusst legen, haben so eine Macht, ja, und so ein paar Steine, die unbewusst oder Beton oder Stahl, der unbewusst einfach seinen Platz findet aufgrund unserer Art, wie der Mensch jetzt mit Bauen und allem umgeht, die haben eben auch Wirkung und die können extrem schwächend wirken, wo das Bett steht oder wo halt unser Lernplatz ist oder unser Arbeitsplatz. Im Grunde könnte man das fast schon NLP-Arbeit mit Bodenankern nennen. Das ist absolut richtig. Ich muss dich doch versuchen, fürs NLP zurückzugewinnen, wenn du schon so schreckliche Sachen hier sagst, dass du damit aufgehört hast. Das liegt ja einfach daran, dass ich mich, wie jeder andere auch, im Leben entscheiden darf, wo das Herz aufgeht, wo es so richtig aufgeht. Und das war viele Jahre das NLP, was mich auch persönlich sehr geheilt hat in meiner Geschichte, die ich mit mir bringe, aus diesem Lebenden zumindest. Da hat die NLP-Arbeit extrem viel geholfen. Und dann kamen natürlich systemische Aufstellungen und solche Sachen dazu und immer mehr Experimentierfreudigkeit bis hin zur feinstofflichen, heilerischen Ebene, wo ich dann auch gemerkt habe, wow, alles auf einmal geht nicht. Und deswegen habe ich dann das Institut, was ich hier in Kassel mit meinem Kollegen Horst Meise zusammen hatte, habe ich dann einfach kurzerhand entschieden, ich gehe einen Weg, der mich alleine mit dieser geomantischen Arbeit und auch mit der Heilkraft in die Zukunft führt. Und das merke ich halt, dass das jetzt richtig war und alles geht nicht. Auf Hochzeiten, so zur gleichen Zeit auf verschiedenen zu tanzen, bringt dann doch immer ein bisschen weniger Klarheit, als es gut ist. Das heißt, was machst du jetzt? Was hast du ins Heilesheim vorgestellt? Ja, ins Heilesheim waren wir ja da und haben gesagt, Aufschwung für gesunde Unternehmung, Resilienz und Lebensenergie. Weit weg bin ich davon ja gar nicht gegangen. Das ist ja immer noch präsent, weil alles sind Unternehmungen, was ich mache. Ansonsten unterlasse ich es ja. Gesund ist übersetzt für mich einfach diese Form der Balance, Zellbalance, genauso wie eine Harmonie in der Umgebung. Und dann ist es ja immer noch die Resilienz. Wir müssen uns heute, und da passt sogar das Wort, in unserer Mitte befinden, um alles, was so drumherum passiert, das passiert ja so oder so, von innen heraus halten zu können, unsere Kraft, unseren Herzraum halten zu können. Und die Lebensenergie, das ist halt so die Art und Weise, wie man messen kann, wie es einem geht mit den Veränderungen. Und eine gute Lebensenergie kann man zum Beispiel auch unter anderem in Bovi-Einheiten messen, die Energie eines Hauses oder die Energie einer Umgebung und auch die Energie eines Nahrungsmittels etc. Das kann man erpendeln, manche fühlen das oder sehen das. Also man darf da schon seine Sinne, die unterschiedlichsten auch wirklich wieder nutzen. Und das kommt natürlich vom NLP, dass wir Wahrnehmungsfilter haben. Hat es mir natürlich leicht gemacht, da in das Thema einzusteigen schon. Das heißt, mit Aufschwung meinst du sowas wie eine Energieerhöhung? Ja. 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 Und die machst du wie? Also das klingt so, als ob du sie nicht mit NLP machen würdest. Das klingt so, als ob du sie eher mit energetischen Methoden machen würdest dann, oder? Ja, wobei ich sagen darf, wenn ich jetzt noch Coachings mache, ich habe zum Beispiel einen Sportler im Coaching, dann beinne ich mich natürlich den Tools, wo ich weiß, dass sie die mentale Stärke fördern oder dass sie auch die ein oder andere Blockade auflösen. Besonders, was ich auch immer noch gerne mache, wo ich auch angefragt werde, das ist so Flugangst. Also ich bin ja auch Fallschirmspringerin und man kann sich gar nicht vorstellen, dass auch der ein oder andere da im Flieger ein Bauchkrummeln hat, obwohl das Runterfallen am Schirm, das Lenken und Sicherlanden Riesenspaß macht und Freude macht. Ich dachte, man macht das wegen des Bauchkrummels. Ja, das gute Bauchkrummeln. Es gibt aber tatsächlich, wie so oft im Leben, wie der Stress auch subjektiv empfunden wird, so ist es für manche so, dass sie das im Flieger nicht so mögen, aber das Runter ist halt total befreiend. Und dann können wir das natürlich ein bisschen hübscher machen. Und das können wir gut mit den NLP-Tools machen. Da bin ich schon ehrlich, die sind schon noch da. Ich komme auch zum Einsatz, auch im Business-Kontext, in der Führung, im Coaching. Und was auch zum Einsatz kommt, das sind so Sachen, die wir halt gelernt haben, über Profilings zu gehen, wo man dann auch so die Entwicklung, wie viel Energie habe ich jetzt, bin ich an meinen Werten dran, bin ich da klar oder gibt es da einen Bruch, der mich auch Energie kostet, das gehört natürlich auch dazu. Du machst so viel, ich merke es auch jetzt bei diesen paar Minuten, die wir reden, wie finden wir deinen roten Faden, also was in dem ist sozusagen für dich das Herz, was ist so das Zentrum, was ist die Null in der 1, 0, 1? Ja, aus 1, 0, 0 besteht ja letztendlich die Programmierung von allem, was ist. Und das finde ich auch so spannend in unserer jetzigen Zeit. Also für mich ist es tatsächlich so, diese sich erlösen und wieder in die Liebe zu begeben. Das ist auch in Seilitzheim so gewesen, dass sich die Folien, die vorbereitet waren, tatsächlich auch alle gemacht haben. Nur die Übungen habe ich dann verändert, weil wir den Herzraum erweitert haben zusammen und die Wahrnehmung darauf gelegt haben, dass wir weniger den Kopf ständig einsetzen und alles zerdenken, sondern mehr in diesen Bereich gehen, okay, jetzt darf der Kopf sich mal ins Herz legen und auch mal getragen werden von den guten Gefühlen. Du bringst da eine Formulierung, die mich als ehemaligen Kirchenmusiker aufhorchen lässt, sich erlösen. Ja. Wie meinst du das? Das kann man selbst machen? Ja, das ist sehr interessant, dass du das sagst, weil es ist tatsächlich so, dass ich das früher, als ich im Coaching mit Übergewichtigen oder so gearbeitet habe, das war ja auch mein Berufskontext, Gesundheit wirklich körperlich mit Bewegung, Ernährung und Entspannung zu verbinden. Dann haben die Menschen immer gerne gesagt, oh, mach das doch weg, mach mich doch schlank. Ja, das ist ja so diese Haltung schnell im Außen, man sucht nach der Wunderpille. Und du weißt es selber, wir begleiten ja nur, die Antworten sind ja in jedem selber. Und die Ressourcen muss man dann einfach nur bewusst werden lassen. Und so ist es in der Heilarbeit auch. Wir brauchen eine klare Absicht, dass das verändert werden darf, dass man sich dem Loslassen widmet, dass man sich den neuen Erkenntnissen stellt, den Mut dazu aufbringt. Und klar bin ich eine Art Wegweiser, wie jeder von uns, aber letztendlich ist es immer diese Ich-Bin, Ich-Will, Ich-Kann, Ich-Denke, Ich-Fühle. Also dieses Ich hat so eine starke Präsenz, dass damit alles veränderbar ist, wenn es in der Liebe als Transformationskraft steht. Und das kann nicht hin, wenn ich du sage. Das heißt, du findest diese starke Ich-Präsenz gut und willst sie in Richtung Gefühl und Liebe lenken. Genau, genau. Das ist richtig, weil aus dieser Präsenz, ich bin in der Lage, das und das, aus dieser Präsenz, das ist nicht die Ego-Präsenz, das sage ich vielleicht gleich nochmal dazu, sondern das ist das Selbstverständnis für mich. Das Selbst, und das hat halt mehrere Ebenen, und in diesen Ebenen komme ich mir immer näher und komme bei mir zu Hause in meinem Herzensraum an. Das ist das, was ich rüberbringen möchte, wenn wir in diesem Mentoring arbeiten, dass man sich selbst erlöst, weil man sich dem Ganzen stellt, auch den unangenehmen Dingen natürlich, alte Zöpfe abschneidet und Veränderungen als Naturprinzip sieht, weil das ist es im Endeffekt. Und das ist, glaube ich, das, worum es mir geht. Und dann kann man sich selbst erlieben aus der Ich-Position in dieses Umfeld, Selbstfürsorge in die Fürsorge. Das ist die Kernbotschaft. War das Wort Absicht oder war das ein Versprecher, sich selbst erlieben? Erlieben ist genau das, was es meine Marke ausmacht, erliebenswert. Ach, das ist ja schön. Aus ganz spannender Erkenntnis vor zehn oder zwölf Jahren, aus Erlebnis, Erlebensart, die Art und Weise, sich zu erleben, das war so der NLP-Charakter unserer Marke damals, ist dann irgendwann dieses, Liebe ist die größte Transformationskraft und es ist es wert, sich dem zu stellen, Werte sowieso, Werte, Worte, kommen wir später nochmal drauf, und es eher eben im Sinne von Selbstermächtigung, Erlösen und dann eben Erlieben. Das war kein Versprecher, das sehe ich so. Das heißt, Erlösung ist für dich dann nicht, was in dem Fall von außen kommt und auch nichts, was von oben kommt, sondern was man sich selbst schenkt. Naja, man haut sich ja auch selbst in die Pfanne. Jetzt muss ich selber drüber lachen. Ja, wir bringen uns das ja alles selber bei und das ist jetzt egal, ob man das über verschiedene Leben sieht oder über Versprechungen in der feinstofflichen Welt zwischen den Leben. Ob meistens ja mit guter Absicht gesetzt, aber hier und da getäuscht, die ganzen Dinge haben wir uns ja selber zugemutet irgendwie, also dürfen wir sie auch wieder abschütteln. Das ist ein bisschen krass, weil manch einer ja noch in diesem Opfer-Täter-Denken ist und das wäre jetzt davon losgelöst, der Seelenblick oder wie wir es ja oft sagen, der Meta-Blick auf die Dinge. Da wollte ich nämlich jetzt gerade fragen, weil du ja auch spirituell, denke ich, offen bist und arbeitest. Wenn aber die Erlösung nicht von oben kommt, was ist dann da oben in deiner Welt? Ist das dann die Position der Seele? Oder ist noch was drüber, womit wir arbeiten? Ich habe mich da ganz lange mit beschäftigt und egal, wen du fragst, du kriegst auch immer ganz andere Antworten und das eigentliche Gesetz der Schöpfung ist jedem ins Herz geschrieben. Das finde ich das wertvollste Buch, in dem wir lesen lernen dürfen, also fühlen lernen dürfen in dem Fall oder mit dem Wahrsinn, Weisheitssinn, den man eben ausgeprägt hat, nachschlagen kann sozusagen. Es gibt für mich schon einen da oben. Es gibt ein ganz großes universelles Herz der Schöpfung und für mich ist es auch Gott, aber eben nicht so, wie wir das hier über die Kirche und über unsere Konditionen erfahren haben, sondern einfach in purer Liebe, als Quelle allen Seins, was seine eigenen Intelligenzen hat und Prinzipien. Nochmal auf deinen Weg, also wenn ich das richtig erinnere, fing dein Weg ja doch eher auf der rationalen Seite an, in der Businesswelt. Also was hat dich dann irgendwann da zum Ende geführt, dass du gesagt hast, das reicht mir nicht, damit komme ich nicht weiter. Der Kopf ist es nicht. Du hattest gerade dieses schöne Bild, der Kopf soll sich einfach mal ins Herz legen und da entspannen. Also wo ist die Stelle, wo du ans Ende dieser Welt gekommen bist, also dieser rationalen Welt? Also ich glaube, ich bin gar nicht am Ende dieser Welt. Ich muss noch mal kurz darüber sinnieren, weil was viele Spirituelle verpassen, ist die Bodenhaftung. Und dann wird immer so dahergeredet, also spirituell ist ja auch so ein dehnbarer Begriff, du musst dich verwurzeln und das göttliche runterholen, der göttlich-irdische Liebesfluss, so nenne ich das ja gerne, der führt ja durch dein eigenes Herz, aus dem Herzen des Universums, in dein Herz bis in das Herzen der Erde rein. So habe ich auch die Hörbücher gemacht und die arbeiten diesbezüglich in energetischer Form. Und diese drei Herzen, diese Einigkeit, die da entsteht, das ist eine Fließkraft des All-Eins-Sein. Und da ist es fatal, die Bodenhaftung zu verlieren und auch so dieses Irdische als Aspekt rauszulassen, das einfach erstmal grundsätzlich, weil das alles eins ist. Ich habe das immer behalten. Es ist nur so, dass Streit, Stress und Schmerzen in meiner Wahrnehmung immer von dieser Disharmonie kommen. Zwischen diesen drei Bereichen. Ja, also diese Disharmonie, wer bin ich eigentlich, wo komme ich her, was ist denn über meinen Körper hinaus, was redet mit mir im Schlaf, was passiert denn da eigentlich. natürlich und in den Zellen und auch so in den Emotionen, dieses, was auf uns so einwirkt den ganzen Tag. Es sind ja auch die Medien, es sind ja auch hier Machtkämpfe zum Teil, ganz vorsichtig formuliert, auch einfach höher, weiter. Das sind ja Dinge, die sind einfach auf uns zugekommen. Und es war für mich natürlich auch irgendwann, dass ich gemerkt habe, wann ist genug, genug. Und es gab für mich so einen Punkt, so einen körperlichen Punkt, wo ich gemerkt habe, hier stimmt was komplett nicht. Da war ich Anfang 20 und hatte eine ganz herausfordernde Situation mit unserer Familie zu bewältigen, wo ich mich dann gefragt habe, das kann doch nicht alles sein. Du gehst hier Geld verdienen, zahlst die Schulden ab. Die Schulden sind nicht mal von mir, so ein Erbe der Gesellschaft auf der einen Seite, aber auch so ein Erbe der Familie auf der anderen Seite. Und dann spielte der Körper verrückt und dann habe ich gelernt, dass die Seele dann ruft, wenn der Körper zwickt. Man will sich die ausdrücken und wir können so eine Art Metapher-Sprache in unserem Leben, in unserem Werdegang wahrnehmen. Jeder von uns anders. Und ich habe dann angefangen, mit Mitte 20 das wahrzunehmen, dass es da definitiv noch mehrere Schwingungen und Frequenzen und Impulse gibt, die Einfluss nehmen. Und dann fing das so an mit Chakren, Aura, erste Schamanenbesuche, erste Aufstellungsarbeiten. Und dann hatte ich schon immer getrennt, mein Hobby und mein Beruf. Und habe mich dann morgens aufgeladen, je mehr ich auch über NLP und den guten Zustand wusste, Zustandsmanagement, je mehr habe ich das einfließen lassen und auch meinen Klienten beigebracht oder in den Schulungsunterlagen auch einen gewissen Fokus drauf gelegt, dass immer Körper, Geist und Seele irgendwie verbunden ist. Und wenn man sagt, Mentalkraft, die Bewegung und das, wie ich mich nähere, im weitesten Sinne sogar, das war schon in den Schulungsunterlagen sehr präsent, auch als ich noch diesen ganzen Business-Kontext im Fokus hatte. Und auch jetzt ist es ja nicht weg. Ich arbeite immer noch für Betriebe, aber ich weiß halt, wenn so ein Betrieb geomantisch entstört ist, dann flutscht das einfach alles leichter. Dann zieht es die Menschen an, die dahin passen, die in den Frequenzen schwingen. Und dann braucht man auch keine so anspruchsvollen Diskussionen oder Verkaufsgespräche zu führen. Und das hat sich schon verändert. Das hat sich speziell auch nach Corona verändert für mich. Total. Dass ich dann zurückgekommen bin und auch gemerkt habe, da kommen ganz andere Kunden auf mich zu, die schon auch so eine Art, man sagt ja immer so, siebten Sinn oder so einen Ruf haben nach irgendwas, was man vielleicht nicht anfassen und sehen kann im ersten Moment. Würdest du auch sagen, dass die Corona-Jahre viel verändert haben auf vielen Ebenen? Ja. Also wenn man wirklich fast schon mit zwei Zeitrechnungen kommen kann vor Corona und nach Corona. Das ist erstaunlich. Ich bin da bei dir. Ja. Und trotzdem würde ich sagen, wir sind viele, die sich damit auseinandergesetzt haben, dass das Milieu entscheidet, inwieweit ein Virus sich ausbreiten kann. Und es zieht sich ja durchs ganze Leben. Das muss man ja nicht nur körperlich sehen. Wenn du Virus als Metapher nimmst und dann eben sagst, da ist ein gesundes Umfeld, dann gibt es wenig Schwächung. Und so ist es bei geomantisch entstörten Feldern auch. Da gibt es eben wenig Einfluss von außen durch die Balance der Naturwesen und auch überhaupt der Natur, unsere Bakterien und alles, was auch die Erde frisch macht für die Ernte. Das ist ja alles ein Organismus, egal von welcher Seite du betrachtest, der sich immer entschieden hat, gemeinsam zu leben. Und so ist es im Business genauso. Wenn ich dich so reden höre, würdest du sagen, dass dieser grob gesagt westliche Weg von Ratio, Wissenschaft, auch in Firmen, werden ja unglaublich viele Konzepte, also so durchdachte Konzepte geboten, dass die ein Ende gefunden haben und man damit nicht mehr weiterkommt? Meiner Meinung nach ist die Liebe der einzige Weg und das heißt Mitgefühl, Wertschätzung, sich auch einfach mit der Lebenszeit zu beschäftigen. Dieses Life-Work-Balance funktioniert ja nicht. Die Menschen interpretieren ja offensichtlich oder einige, dass das heißt, ich trenne Leben und Arbeiten. Meine Erfahrung ist, ich habe ein 24-Stunden-Ich und mit dem darf ich da, wo ich hergehe, immer irgendwie fein sein, ja und wenn ich mal nicht fein bin, dann gucke ich halt mal hin und mache mal das Licht an in den dunklen Ecken, bis es wieder fein ist und notfalls hilft mir da jemand, rufe ich einen Ralf an oder die Marina, schau mal, ich habe da vielleicht einen blinden Fleck, was kann man da machen? Das ist immer irgendwie das oder das oder das. Das heißt, wir werden nur noch selbstreflektierend uns offen begegnen können. Ansonsten funktioniert das, glaube ich, nur noch in irgendwelche Sackgassen hinein. Meine Idee dazu. Und ich glaube, die Firmen werden ja auch immer offene für solche Sachen. Ja. Ja. Also es gibt ja auch, es hatte heute Mittag einer, den habe ich gefragt, ob ich ihn zitieren darf auf einer Veranstaltung nächste Woche und dann habe ich ihn gefragt, wie er das so sieht, dass er sich so unfassbar toll weiterentwickelt hat, was er ja vor zehn Jahren selber gar nicht gesehen hätte. Und dann sagt er, ja, wer das jetzt nicht macht, der fliegt einfach aus der Kurve, den Hauz raus. Und er ist froh, dass er das eben schon vor Corona angefangen hat. Und jetzt hat er nämlich Mitarbeitende, die wirklich Lust und Laune haben, Verantwortung zu übernehmen. Und die kriegen von ihm auch viel Verantwortung. Und das ist so ein, so ein bereicherndes, näherndes Miteinander. Ich glaube, dass wenn die Unternehmen, die in diesen Change, das ist ein Paradigmawechsel eigentlich, wenn sie den nicht hinbekommen, wird es wirklich schwierig. Das heißt, dass mit der Liebe und dem Gefühl und der Energie, das ist für dich keine Ergänzung, das ist auch nicht der nächste Schritt, das ist wirklich was, was drüber steht über dem anderen. Das würde ja bedeuten, es wäre erhaben und es würde alles klären. Es ist natürlich so, wenn ein energetisches Feld geklärt ist, ist es schon viel wert. Mein Feld hier, was weiß ich, ein Seelenclearing, Energieclearing oder irgendwas. Und ich esse dann nur Mist, schlafe nie, dann komme ich auch nicht weiter. Also es muss schon miteinander in Verbindung bleiben, das denke ich schon. Aber das Herz ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt in der Arbeit. Wenn ich mit dem Herzen schaue, dann ist es egal, ob ich er, sie, es sage, ob ich gender oder nicht, dann habe ich eine Begegnung, die hat so viel Wert in dem Moment, dass Raum und Zeit verloren geht. Und das ist die Lebensenergie, wo ich denke, wo wir, wenn wir arbeitstechnisch Zeit miteinander verbringen, diese Personen eine Resonanz finden werden, sei es jetzt Kunde oder Verkäufer, dass das alles dann solche Begegnungen sind, wo jeder sich dessen bewusst ist, dass man diesen Stress gar nicht mehr braucht, diese Ängste nicht mehr braucht, diese niedrig schwingenden Energien, kein Feld mehr bekommen. Also das ist, glaube ich, eh was, worum es geht, ja, wenn man da diesen Aufschwung genießt, in meiner Wahrnehmung, dann ist es so ein Herzraumöffnung, so eine Kohärenz, wo man dann auch einfach wenig Angriffe bekommt als vorher, weil man diese Haltung auch gar nicht mehr verfolgt. Man hat diese Resilienz. Das heißt nicht, dass alles abgeschüttelt ist, aber es heißt auch, dass man eben weiß, Stopp! Jetzt kann ich an der Stelle mal ein klärendes Gespräch führen, weil es liebevoll gemeint ist, wie eine Mutter liebevoll auf ihr Kind zugeht. So sehe ich das schon wirklich in den nächsten Jahren. Nicht morgen, nicht übermorgen, aber erste Systeme werden diesbezüglich mit Sicherheit in zwei Jahren sichtbar. Ich wollte gerade sagen, meine Güte, bohrst du dicke Bretter. Was meinst du? Allein dieser eine Satz, wenn du dein Herz öffnest, ist es nicht mehr wichtig, ob du genderst und du wirst keine Angst mehr haben. Da hast du in einem Satz so viele Provokationen auf einmal drin. Ja. Ich meine, okay, ich stimme dir zu, aber wow, also das klingt nicht wie der Job von einem Nachmittag. Also das ist auch definitiv, ganz ehrlich, das ist auch definitiv so in mir gereift, dass mir diese Diskussionen zum Teil so auf den Keks gehen. Also ich hole vielleicht kurz aus, ich habe ja während Corona Hörbücher produziert, die alle ursprünglich mal aus dieser Idee, Hypnose, Trancen und so, dann aber unfassbar schöne energetische Einflüsse bekommen haben. Und da geht es nur um diese Resilienzfähigkeit, im Umgang mit der Natur, mit sich selber und Chakren. Also es gibt kein Thema, was ich da ausgelassen habe. Es sind jetzt sieben Stück in einer Reihenfolge produziert, wie sie auch sehr heilsam für uns ist. Und das Erste ist zum Beispiel die Anbindung an die Natur. Geht ihr alle einfach mal spazieren, dann merkt ihr doch, was da passiert für einen Reinigungs- und Klärungsprozess, was Mutter Natur für ein Geschenk ist. Das Zweite geht dann darum, dass wir Energiesysteme wie Chakren, Aura, Lichtkanäle, dass wir einfach mal wahrnehmen, dass wir mit unserer Atmung ganz viel in uns reinziehen können, was positiv ist oder unbedacht einfach alles aufnehmen, was da so rumfleucht und kreucht. Das dritte Hörbuch habe ich dann so aufgebaut, es ist um die emotionalen Traumata ging, innere Kindheilung, alles was mit unserem Emotionalkörper zu tun hat, der bis in die kleinste Zelle Traumata hinterlässt, die einmal auf Körperebene abgeschüttelt werden können, aber eben auch energetisch. Und so geht es weiter, das geht dann weiter mit dem Mentalkörper und immer die Verbindung mit den Chakren dazu, dann auch diese Klarheit, entscheide dich zum Glücklichsein. Entscheide dich, weil das Hirn haben wir dafür bekommen und nicht dafür gelebt zu werden, sondern das Leben in die Hand zu nehmen. Und dann geht es eben wieder weiter auf Körperebene, diese Balance herzustellen und auch im Umfeld, das nächste Hörbuch geht dann um die Epigenetik. Also wir haben so einen Schatz auf dieser Welt, wenn wir nur die Sinne offen halten und den Fokus irgendwie auf die Sachen, die einem gut tun, wo das Herz aufgeht, wirklich herrichten oder dahin uns angezogen fühlen und ausprobieren, dann haben wir die Lebensqualitätsgrenze, die geht immer weiter nach oben. Das ist meine Erfahrung, das ist aber auch die Erfahrung derer, die mit mir zusammengearbeitet haben und deswegen bin ich da so klar und damit passe ich nicht mehr zu jedem. Das ist tatsächlich so. Ich bin wieder verblüfft, also was du da zum Teil in Nebensätzen an Methoden aufzählst, an Ansätzen aufzählst, jeder davon ist eigentlich eine eigene Ausbildung, ein Lebenswerk und du zählst das einfach so zwischendurch mal so auf. Also du bedienst dich auch aus diesem ganzen Set dann, oder? Ja, das ist das, was mich selber baff macht. Also wie bedient man sich dann? Also wir haben es ja gelernt im Coaching, wir hören erst mal hin, worum geht's und dann prüfen wir mal ab, habe ich das so verstanden, wie du das jetzt auch als Ergebnis haben willst? So und dann kann man die Maßnahmen drauflegen und am Ende geht's um Bewusstwerdung. Also ich merke das immer wieder. Ich hatte mir auch was zurechtgelegt, was ich jetzt auch dazu sagen möchte, wobei das ja alles wertvoll ist, du hast schon recht. Diese Worte, wir beschäftigen uns im NLP jahrelang mit Worten. Darüber hinaus sind Worte Werte. Darüber hinaus, oder gleichzeitig kann man ja sagen, schwingt jedes Wort in einer Frequenz und diese Frequenz erreicht uns immer und in unser Feld hinterlässt jeder und alles Fußabdrücke. Wieso, man sagt das ja im Business oft, so ein energetischer Fußabdruck, oder so ein Nachhaltigkeitsgütesiegel. Aber so ist es ja in unserem Miteinander auch. So und wenn da jetzt lauter Sachen reingekommen sind, Tritte im wahrsten Sinne des Wortes, dann dürfen die bereinigt werden, geklärt werden und dann auch zu einer Erlösung führen, dass wir keine schändlichen Tritte in diesem Feld haben. Und es gibt aber auch bewegende Schritte, die in unserem Feld drin sind, die dann eben bereichernd sein können, weil sie zu einer Erkenntnis führen. Und diese Wortkraftschwingung, die wird total unterschätzt. Wir legen im NLP immer Wert auf schöne Worte oder die Bedeutung der Worte, weil sie uns prägen in unserem Handeln, wie ja auch die Werte. Wir haben aber eine Linie in meiner Wahrnehmung. Eine Linie, auf der die Liebe ist, die Mitte, was dann von mir aus schon wohlwollend sein ausdrücken kann und irgendwo hier das Gegenteil von Liebe. Mag es für den einen oder anderen auch Hass sein, ja? So. Und wir bewegen uns ständig, je nachdem, wie weit unser Bewusstsein geprägt ist, auf dieser gleichen Achse. Das ist wie Weißmagie und Schwarzmagie. Es bleibt eine Achse der Magie. Und es liegt nur an uns, damit zu spielen und zu sagen, hey, ich entscheide mich aber bewusst in der Geomantie, diese Liebes- und göttlichen Schöpfungsprinzipien der Weißen Magie zu setzen und mit meinem Bewusstsein dann auch wirklich Worte wirken lassen. Und das ist eben die Schwingung und diese Schwingung nimmt einen Raum an, auch Geometrie zum Beispiel spielt da eine Rolle, Zahlen sowieso. Und die erfüllt dann etwas für uns. Und so würde ich sagen, dass wir Werte und Worte, und das war auch auf dem Kongress etwas, womit ich gespielt habe, in der Wortkraft Schwingung unterschätzen. Wenn ich sage, dich liebe ich oder ich liebe dich, ist es ein Unterschied. Es ist alles ein Unterschied. Obwohl wir immer alles so tun, als ob das alles so halbwichtig ist. Jetzt schließe ich uns Anwesenden die sich damit schon beschäftigt haben, mal so ein bisschen aus. Es ist alles Bewusstsein. Und ich habe Worte entdeckt, wo ich sage, die will ich gar nicht mehr benutzen, weil die schwingen so niedrig. Die stören mich in meinem Licht. Und wenn ich in meiner Präsenz bin, dann ist Heilung ein Naturprinzip. Das heißt, du achtest dann auf deine Worte und was die machen und bringst anderen Leuten bei, sollte sie auch auf ihre Worte achten, oder? Unbedingt. Und auch in der Schwingung, die Fantasie ist ganz wichtig, dass wir auch wieder lernen, kindlich leicht und frei uns auf alles einzulassen. Das brauchen wir ja auch, um in der geistigen Welt zu kommunizieren oder Quellinformationen oder nehmen wir das morphische Feld. Jetzt kann ja jeder sich aussuchen, was er da für sich als Strategie wahrnimmt. Da was rauszuziehen, das geht halt in der Ruhe, in der Stille, das geht in dem, dass ich frage und es gibt schon für alles eine Antwort. Es ist nur der Zugang, der dem einen oder anderen fehlt. Das ist das, was ich gerne rüberbringe. Und das bin ja gar nicht ich. Ich gebe nur den Impuls, diese Ruhe zuzulassen und aus diesem Prinzip, der ich sehe was und dann warte ich, bis es geerntet werden kann und ich habe eben Tag und Nacht und Action und Entspannung und das ist so die Kernbotschaft. Wenn das harmonisch ist, dann können diese Öffnungen auch stattfinden, dass man so Intuition wieder mehr wahrnimmt. Das heißt, ich gucke mir jetzt mal deinen Weg an, der ja auch eine NLP-Station hatte. Ja, eine Lange. So wie NLP sagt, dass hinter jedem Wort ein Vakok steht, sagst du, hinter jedem Wort steht eine Frequenz. Ja, unbedingt. Und diese Frequenz hinterlässt halt diese Spuren, so wie ich vorhin gesagt habe, so diese Fußabtritte oder Fußschritte im Feld des Anderen. Und auch gedachte Worte. Weil wenn ich jetzt mental arbeite, ich kann ja auch mental entstören oder Fernentstörungen machen oder Fernheilung, dann muss das nicht ein ausgesprochenes Wort sein, was als Schall durch den Äther geht, sondern mittlerweile oder je nachdem, wie klar man ist, selber kann man das auch denken und es geschieht. Und ich bin überrascht mit dem Wissen, was ich ja bei NLP schon hatte und jetzt nochmal diesen Turbo über die Energiearbeit, was für eine Kraft das hat. Und wir sind so kraftvoll, jeder Einzelne. Da helfe ich gerne bei, das zu entdecken. Das heißt, für dich gibt es ein Feld, in dem wir sind, das spürst du. Ja. Und jeder Gedanke, jedes Wort wirkt auf dieses Feld ein. Viele Sachen, die von außen kommen, wirken auch manchmal ungünstig ein. Ja, klar. Und du leitest die Leute dann an, dass sie über die Kraft ihrer eigenen Worte das heilen und reinigen und sich dadurch erlösen. Ist das so ungefähr die Zusammenfassung? Das Bewusstsein. Ja, das hast du gut zusammengefasst. Es geht um das Bewusstsein. Wenn ich mir bewusst bin, dass ich so eine Bewusstseinswolke betrete und die hängen überall und dann gibt es, kennst du ja auch, du kommst in den Raum rein und die Luft ist zum Schneiden. Wer kennt das nicht? Ja, da ist dicke Luft, sagt man ja. In der Familie hängt irgendwie gerade was in der Luft. Das sind ja auch so Sprichworte, die passen ja dann auch meistens. Ja. Und wenn man dann energetisch reinigt, dann kann man das üben und lernen auch zu merken, wie so eine freie Energie auf einmal sich ausbreitet und so eine Art Klärung abfließen, Leichtigkeit und auch Gelassenheit in so einen Raum kommen kann. Wie lange machst du jetzt dieses alles schon? Das ist ein paar Jahre oder viele, viele, viele Jahre schon? Ich habe die Geomantie selber so nicht bezeichnet. Ich habe also immer so zu meinem Freundeskreis gesagt, ich gehe jetzt in den Wald und da mache ich so ein bisschen Energiearbeit und Reiki für die Erde und hole mir die Kraft aus dem Baum und so. Also ich habe das schon ein bisschen abgetan in der Vergangenheit und habe dann aber auch gemerkt, wenn ich energetisch gearbeitet habe, verändert sich was. Es gibt verschiedene Tiere, die kommen, die Grillen fangen an zu zirpen, manchmal die Bäume, dann hört sich das an wie so ein Klatschen, wenn man diese Aufmerksamkeit drauf lenkt oder Wind kommt, Sonne geht, auf, und dann habe ich immer gemerkt, Mensch, das ist ja, jetzt war ich hier, habe was gemacht und kriege so eine Resonanz. Also ich hatte gar nicht so die Idee, das mit Menschen zu machen, ehrlich gesagt, weil das war so mein, so ich gedacht habe, das ist ja mein Resilienzwald und so. Das war so um 2009, wo ich mich damit beschäftigt habe und während Corona habe ich ganz viel experimentiert und Forschungsphasen gemacht und dann habe ich über die Hörbücher dann auch tatsächlich gemerkt, Stopp, das kommt tatsächlich direkt zu mir und es darf direkt weitergegeben werden und da kommen Worte aus mir raus, die habe ich nicht bewusst gewählt. Das ist so ein Channeling. Ich wollte sagen Channeling. Ja, manche würden Channeling dazu sagen. Und dann habe ich immer da gesessen und habe gesagt, wie ist das? Es spricht aus mir, was ist das? Weil man ja so irgendwie den Forschungsdrang hat, auch mit dem Kopf alles zu verstehen und irgendwann habe ich mich dem einfach hingegeben und je mehr ich mich dem hingegeben habe, je mehr Antworten kamen und je mehr Ideen und dann habe ich auch gemerkt, dass mein Bruder dann gesagt hat, ja, dann sind ja alle Ausbildungen, die du jemals gemacht hast, die brauchst du jetzt gar nicht mehr und dann sage ich, Stopp, von wegen. Irgendwie matcht sich das, bevor ich es ausspreche. Keine Ahnung, wo da die Schnittstelle ist, die das alles synchronisiert, bevor es da rauskommt, aber da sind viele Sachen drin, wo ich weiß, wo welche Muskeln sind, wie welche Ernährungsfaktoren oder Körperprozesse funktionieren und die vermischen sich auf einmal mit Prozessen, wie unsere Chakren funktionieren und dann denke ich so, was war das? Ist also deine Erfahrung, dass es irgendwann nicht mehr zu verstehen ist, sondern man sich dem einfach hingibt? Ehrlich gesagt ist das tatsächlich jeden Tag aufs Neue so. Und das ist eine Kunst, weil das ist natürlich genau der schmale Grad, den du vorhin angesprochen hast. Dann bist du im Business, hast irgendwelche Zahlen, hast dafür zu sorgen, dass Verkaufszahlen oder Krankenzahlen reduziert werden, Rangstände. Du hast irgendwie so Prozesse, die gesteuert werden sollen und gleichzeitig hast du aber Energiearbeit die deutlichen Zeichen, die sagen, Stopp, erst reinigen, erst Ruhe bewahren, erst Hindernisse abbauen. Klar, manches kannst du mit der psychologischen Ebene auch gut begründen oder aus dem NLP heraus, was dann da sicherlich die einfachere Erklärung ist, erst mal je nach Kontext. Aber so ein Raum darf halt gereinigt werden. Und ich bin dankbar um jeden Konflikt, der kommt, weil wenn der Eimer da ist, wie ein Gewitter, das reinigt dann einfach auch die Luft und dafür muss man sich nicht angeschrien haben. Dafür braucht es nur Klartext und wenn der moderiert ist und danach es ruhig wird, dann ist es wunderbar. Ich kann mir vorstellen, dass du gerade im Business natürlich vielfach auf Leute triffst, gerade in Entscheidungspositionen, die das Ganze doch sehr verstandesmäßig angehen. Ja, ich passe mich dann an. Wie kriegst du die dann dafür gewonnen? Also wie erklärst du es denen in ihrer Sprache? Also wir haben ja oft so dieses Wer heilt, hat Recht, Prinzip. Früher schon zwischen Schulmedizin und Heilpraktikerarbeit. Da gab es ja schon, zumindest in meinem Beruf, da gab es die Naturlehre für die Ernährung und dann gab es aber auch eben die DGE-Empfehlung von der Ernährung. Also diese Widersprüche verbinden sich ja irgendwann. Ich erlebe das eher so, dass sich das jetzt mittlerweile verbindet und jeder zu einem bestimmten Bewusstseinszustand daraus was ziehen kann und ein Stück weiter kommen kann. Und deswegen ist für mich so eine relativ klare Entscheidung, dann gleiche ich mich eben an. Ich passe mich nicht an, also ich lasse mich nicht anpassen in dem Sinne, wie wir das Wort oft gedeutet haben, sondern ich gleiche mich dann an, damit ich ein Stück weiter komme mit der Person oder ich entscheide auch einfach, das ist nicht mehr der richtige Auftrag für mich. Das habe ich nach Corona tatsächlich des Öfteren auch gemacht. Jetzt hast du mich ein bisschen verwirrt, weil ich höre zwei Sachen gleichzeitig. Zum einen sagst du, dass es gar nicht mehr so viel reines Verstandes Menschen im Business gibt, sondern dass die Leute eigentlich viel offener für die Sachen sind. Aber gleichzeitig, dass du dich dem dann angleichst. Also du gleichst dich dann quasi so weit an, wie die das brauchen. Genau, so würde ich es sagen. Und dieses, ich glaube, das hat auch was mit meiner Klarheit zu tun. Das kann ich auch jedem nur raten, diese Authentizität, die dahinter steckt, dann irgendwann zu sagen, okay, jetzt kenne ich mich und jetzt weiß ich, ich will mich nicht verbiegen, ich will mich nicht anpassen, aber angleichen ist okay. Und wie weit geht dieser Prozess? Bis wohin bin ich bereit, mein Wissensstand ist ja unmöglich, der vom Auftraggeber, das geht ja gar nicht oder mein Wahrheitsgehalt. Also von daher braucht es das ja grundsätzlich. Aber ich glaube, wir nennen das im Business oft, das ist der Kundenavatar. Ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat. Der verändert sich, wenn man selber sich verändert und verändert sich auch das Resonanzfeld, wer sich bei einem meldet und was machen will. Und das habe ich definitiv hinter mich gebracht jetzt. Und das ist auch noch nicht zu Ende. Du legst ja so viel Wert auf die Worte und ihre Schwingungen. Du hast jetzt schon dreimal unterschieden explizit zwischen anpassen und angleichen. Sodass ich da mal nachfragen möchte, wo ist da für dich der Unterschied zwischen anpassen und angleichen, wenn du das so wichtig betonst? Wir haben oft, oder ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass anpassen, so, ja, man passt sich der Familie an, man passt sich den Werten an des Arbeitgebers irgendwie, weil es gerade Sinn macht oder weil man sich es gerade schön redet, dass es Sinn machen könnte. Also anpassen ist oft darauf ausgerichtet, dass man so eine Passung vornimmt in bestimmte Systeme. Und angleichen ist für mich ein Naturprinzip. Also der Baum oder die Pflanzen gleichen sich an, so wie die Jahreszeiten ihnen begegnen. Oder wie die Gegebenheiten ihnen begegnen. Ich finde, das ist immer eine sehr schöne Metapher. Der Apfelbaum zum Beispiel, wenn er nicht genug von seinen Früchten durchbringen kann, lässt sie einfach fallen, um die anderen zu sichern. Und er gleicht sich dann einfach diesem Lebensraum, der ihm in diesem Jahr vielleicht zur Verfügung steht, bestmöglichst an. Und es ist für ihn nicht dieses Gefühl von, Oh Gott, ich sterbe. Ich werde nie wieder Äpfel produzieren, wie wir Menschen das vor einem Jahr haben. Ich hoffe, ich kann das jetzt ganz gut und auch ein bisschen lustig erklären. Sondern für ihn ist es das Normalste der Welt. Er macht sich übermorgen keine Gedanken. Das ist jetzt das Angleichen, was es nötig macht. Und das macht er auch liebevoll, herzoffen. Und das macht er vor allen Dingen aus dem Schöpfungsprinzip, weil er solche Mechanismen, und das hat jede Pflanze, das haben wir alle auch, wir Menschen haben auch solche Mechanismen in uns. Und die bedeuten dann Angleichen. Für mich ist das das leichtere Wort, das selbstverständlichere Wort. Hat das an dieser Stelle auch mit deinem Hauptwort aus Seilisheim der Resilienz zu tun? Dass das Resilienz ist, dass ich mich dem angleichen kann, damit ich mit dem umgehe, was das Umfeld mir bietet? Perfekt. Das ist so die Herausforderung aus dem Außen, dass ich da widerstandsfähig bin. Das ist ja die Übersetzung von Resilienz. Flexibel mit diesen Gegebenheiten umzugehen. Genau. Das passt mit. Ich kann mich dann angleichen. Oder nimm doch mal uns Selbstständige, wir gleichen uns ja dann auch den Auftraggebern an oder den Klienten oder gleichen uns dann auch, dann sind wir in Seilisheim auf dem Kongress. Jetzt bin ich online bei dir live geschaltet. Also wir haben uns ja entschieden, jetzt irgendwas zusammen zu machen und das ist dann so eine Art Erlebnis, was man angleicht. Also für mich ist das genau diese Reaktion auf Flexibilität im Positiven tatsächlich. Es geht vielleicht ein bisschen in die Richtung, was NLP Rapport nennt. Nur halt dann Rapport zum Leben, zur Erde, zur Welt. Ich überlege gerade, Rapport würde ja dann auch bedeuten, obwohl, nee, das stimmt nicht. Wir gehen ja aus dem Rapport auch wieder raus. Nee, also, nee. Rapport auch von Rapport. Ist dem schon sehr nah. Ja, ja, ist dem schon sehr nah, auf jeden Fall. Ja, ist ja auch die Gegebenheit dann hernehmen. Aber soweit zu sagen, dass du jetzt NLP mit der ganzen Welt machst, soweit wollen wir nicht gehen, oder? Wenn irgendjemand... Das ist eine interessante Frage. Also ich habe ja immer gesagt, im NLP gibt es so einen Moment, wahrscheinlich kennt ihn jeder, der jetzt auch zuhört, wo dann so im Gesicht so, ach, so ein Stein vom Herzen fällt, wenn so das Brett vom Kopf weg ist, wo man so einen Aha-Moment hatte, im Einzelcoaching vor allen Dingen, oder so als Gruppe. Ah, jetzt hat es geschnackelt. Ich habe schon das Gefühl, dass die Erde solche Momente auch ausdrückt. Dass irgendwas weicher wird oder so. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das jemand anders auch erlebt, dass diese Erlösung oder diese Erleichterung aus dem NLP, die mir da so bewusst ist, wahrscheinlich im systemischen Coaching auch passiert, können wir vielleicht schon sagen, neurolinguistisch, wir machen viel mit Sprache auch in der Heilung, wir benutzen die Sprache, um auch die Befehle, sage ich mal, in den Raum zu geben. Wir benutzen unsere Willenskraft schon auch irgendwie und müssen mit der Wahrnehmung vorweggehen. Doch, wenn du so sagst, ist das schon noch sehr, sehr familiär, sehr verwandt. Und es hat ja was mit Programmieren zu tun, weil ich programmiere ja zum Beispiel, ich habe es jetzt einfach mal einer Freundin gesagt, die Information, das ein Stahl ist, programmiere ich ja im Grunde genommen um. Er hat ja dann ein anderes Informationsfeld, also stimmt selbst das Wort Programm im übertragenen Sinne. Das heißt, du hast Elipi gar nicht aufgegeben, du hast es transformiert. Ich habe es transformiert. Das ist jetzt eine schöne Weisheit, die ich auch mitnehme. Ich danke dir. Dann könnte man ja fast fragen, um deine Anfangsmetapher nochmal zu nehmen, was würde passieren, wenn man NLP sich ins Herz betten lässt? Ach, ich glaube, das war bei mir immer im Herzen. Ja, ich glaube, wer NLP macht, hat es glaube ich schon Empfang hier, glaube ich. Diese ganzen Besonderheiten da drin. Ja, ich denke, das würde aufgehen. Und trotzdem wäre nicht genug Zeit, die klassische NLP-Ausbildung für mich wieder aufzurufen, wenn ich die anderen Ziele verfolgen will. Du, also mit Zeit, glaube ich, müssen wir nicht reden. Ich frage mich, wie du in einem Leben all das gelernt und gemacht hast, wovon du redest. Es ist so eine unfassbare Fülle, die du da andeutest, zum Teil in Nebensätzen. Es ist wirklich sehr beeindruckend. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass ich erst einmal gelebt habe. Und ich habe auch den Eindruck, dass ich an Informationen aus früheren Inkarnationen auch rankomme. Und es ist schon spannend. Und habe auch tatsächlich irgendwie, ich bin ja erst 46. Die meisten wollen es ja gar nicht sagen. Ich fühle mich wie 28. Aber ich habe Erfahrungen, wo ich manchmal denke, ich könnte dreimal so alt sein. Und das erschreckt mich selber. Das macht mich manchmal bach. Hast du eine Idee, was die nächsten Jahre kommt? Bei dir und in der Welt? Ich meine den Teil, den du sagen kannst. Wir leben ja in Umbruchszeiten. Das ist ja ganz klar. Ja, ja. Natürlich ist die Liebe als federführende Energie für mich der große Traum. Also die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und zwischen Menschen und Erde auch so eine gewisse Heilung stattfinden zu lassen. Klar, das ist natürlich so eine ganz große Sinngebung für mich. Ich auch einen Beitrag leiste. Einen Linken. Ich meine, Corona haben wir jetzt glücklich hinter uns gebracht. Aber Ukraine, Israel, also dass seit demnächst die große Liebe kommt. Ja, das sagst du sehr, sehr, sehr zu Recht. Weil das sind diese beiden Seiten, die wir haben. Krieg und Frieden. Und das geht jetzt darum, dass das Bewusstsein im Innen von unseren einzelnen Energiefeldern, nenne ich es mal, von all den Wesen hier in der Liebe ein Zuhause findet. Und dann ist so innen wie außen, das sind dann halt so die energetischen Betrachtungsweisen, die man dann natürlich, wenn man sich die Bilder im Fernsehen anschaut, erst mal gar nicht annehmen kann. Aber irgendwie verschmilzt das alles zusammen. Und auch da muss es ja irgendwann, wie immer, zu irgendeiner Veränderung kommen. Also es ist ja nicht möglich, dass dieser Stillstand auf Dauer in einer Ebene bleibt. Also das kann ja nicht sein. Da muss ja was passieren. Und da verlasse ich mich einfach drauf, dass sehr viele Wunden natürlich zu bearbeiten sind. Und das ist ja jetzt auch schon so. Wir machen ja unsere energetische Heilarbeit für die Umweltverschmutzung im Meer. Also da kann ich ganz klar sagen, da bin ich in mehreren Gruppen für überhaupt unsere Umweltsituation und auch für die ganzen vielen Menschen, die verbundet sind im körperlich-seelischen Bereich, dass da einfach was reinkommen darf, was auch diese Felder transformiert und da eine Leichtigkeit reinbringt. Wie oben, so unten. Also es ist halt alles eins. Wir können nicht sagen, da ist das und hier bin ich. Es ist ein bisschen schwierig. Aber je mehr ich von diesem Frieden in die Welt geben kann oder friedliche Gedanken, friedliche Formen, je mehr kann dieses Feld sich groß machen. Wenn ich mit Missgunst in so einem Bewusstseinsfeld aktiv bin, wird die Missgunst groß. Das ist das, was ich meine. Also wir dürfen uns wertschätzend bewegen und dann bewegt es sich auch wertschätzend im Resonanzfeld und dann irgendwann auch über mein eigenes hinaus. Also wir zwei lösen ja hoffentlich jetzt auch bei den Zuschauern irgendwas aus, was so ein bisschen so diese Idee geben kann. Okay, bin ich freundlicher zu mir und zu den anderen wird die Welt freundlicher und das kann ich wirklich täglich machen. Das finde ich spannend, weil du mit einem Bogen ganz zum Anfang zurückschlägst, wo du ja auch gesagt hast, dass man sich vielleicht nicht alles reinziehen muss oder soll, was von außen kommt. Ja. Und also was mir seit Corona auffällt, ist, dass es, finde ich, immer mehr Themen gibt, die die Leute sehr spalten. Also immer mehr Angebote, sich zu streiten und die Chance, auf einen Menschen zu treffen, mit dem man nicht sofort ein Streitthema findet, wenn man sucht, ist inzwischen sehr gering. Es gibt so viele Angebote, also rechts, links, Ukraine, Krieg, Israel, immer noch manche mit Corona und so weiter. Also es sind so viele Themen, über die man sich streiten könnte. Ist es jetzt dein Ansatz, eher das zu versuchen, alles zu vermeiden oder damit Herzensenergie, Frieden zu bringen? Wenn du merkst, da liegt einer die Welt anders als du. Also ich sage mal, wie ich es mache. Das ist ja, glaube ich, erst mal der einfachste Weg. Es ist ja nicht mein Weg, der Allheilweg für alle. Also ich beschäftige mich mit solchen Themen eher aus dieser Meta- und Seelenperspektive, dass ich diese Verstrickung und diese Systeme, das ist eine Gabe von mir, sehen kann. Also niemand ist ja, das wissen wir ja im NLP auch, niemand ist ja per se böse und es vermischt sich ja. Täter, Opfer hatten wir ja eben schon mal angesprochen. Es vermischt sich ja. Und dieses Konzept Schuld oder dieses Konzept Angst, das funktioniert ja als Konzept. Und wenn man von oben guckt, dann sieht man eben auch, dass die Gegenkonzepte auch eine gewisse Kraft haben. und damit beschäftige ich mich dann schon fernab, wenn ich eine Sendung geguckt habe, dann steige ich nicht in die ein. Ich bin nicht die Sendung oder die Diskussion, sondern ich bin ganz bewusst Zuschauer des Ganzen. So, und jetzt könnte man natürlich sagen, jetzt dissoziierst du dich von dem ganzen Käse. Ja, ein Stück weit mache ich das. Gebe ich auch offen zu, weil ich kann durch meine täglichen Taten 24 Stunden jede Kleinigkeit verursachen. Und das mache ich assoziiert von Herzen. Mit jeder Begegnung versuche ich eine Verbindung oder eine Konfliktlösung beizutragen. Jede kleine Kleinigkeit, irgendeinen Streit auf dem Parkplatz oder so, das ist eine bewusste Entscheidung von mir. Da versuche ich, Unterstützung zu bieten, wenn sie angenommen wird, muss man auch ganz klar sagen. Manche wollen ja einfach mal wütend sein. Meine Frage ging jetzt auch wirklich mehr Richtung persönliche Begegnung, weil zum Beispiel gerade in Firmen hat man ja oft das Problem, da hat man halt Kollegen, die kann man sich nicht raussuchen, das sind Kollegen und die sehen halt in irgendeiner Hinsicht, ich meine, vor drei Jahren war es Corona und die Impfung, jetzt ist es vielleicht rechts, links oder so ein Thema, die sehen die Welt halt anders. Wie gehe ich jetzt damit um? Aber im Business-Kontext ist es ja einfach, es gehört ja nicht zum Auftrag, politisch zu diskutieren. Nein, aber wenn es ein Kollege ist, du weißt doch auch, wie es ist, dann ergeben sich doch halt auch immer. Frag mich nicht, du willst die Antwort nicht hören, sage ich dem Kollegen. Also es ist wirklich so, ich bin parteilos, ich bin nicht auf irgendeiner Seite und ich bin die Schweiz. Im Grunde genommen haben wir auch viele Konflikte, auch im Dezember haben wir einen Familienbesuch gehabt, wo wir hingefahren sind, beide Seiten waren zerstritten und wir haben einfach gesagt, wir fahren da hin, wir sind die Schweiz, wir unterhalten uns mit jedem, so als sinnbildlicher Begriff. Das ist ein herrliches Bild. Wir mischen uns da überhaupt nicht ein und energetisch mische ich mich ein, aber ich bin der Worte müde, mich zu erklären, wie ich zum Impfen stehe, zu erklären, wie ich zu Krieg stehe, zu erklären, wie ich zur Politik stehe. Das ist ein Bewusstseinsfeld, das wird nicht geändert, es sei denn, wir können hergehen und sagen, hey, ich habe eine Idee und die habe ich, ich hätte gerne Bürgerbescheide. Hey, ich hätte gerne, ich habe eine Idee, ich hätte gerne, dass das System stark ist. Das kann ich machen, das platziere ich, aber die restliche Diskussion, die finde ich zu anstrengend und zu langatmig mittlerweile. Ich fand das einen total spannenden Satz, dass du dich sozusagen inhaltlich raushältst, neutral, aber energetisch einmischt. Liebe, ja, energetisch. Meinst du das? Du sendest dann sozusagen Liebe in das Feld? Ja. Ja, ja. Aber diese Worte und dieses Gejammere, das ist, entschuldige nicht mehr meine Geduld, die habe ich nicht mehr. Das ist vielleicht auch einfach was, was sich völlig verändert hat und wo ich jetzt auch einfach zustehe. Da werde ich dann auch provokativ. Sind wir denn jetzt hier, um über RSIS zu sprechen oder sind wir denn jetzt hier, weil wir einen Prozess zu besprechen haben? Also ich gehe dann ganz schnell wieder auf den Punkt zurück und ich habe das schon vor 15 Jahren in Schulungen anders formuliert und habe dann gesagt, ja, wenn euch denn dann so ein Kunde fünfmal sagt, er hat das aber nicht gemacht und er macht es nicht, dann fragt ihn doch einfach, was er gemacht hat, dass es ihm besser geht. Das war schon immer meine Devise. Und wenn es mir nicht gut geht, Maischberger und weiß ich nicht, welche Sendungen abends zu schauen und ich dann nicht schlafen kann, ja, dann hör halt auf damit. Steig halt aus. Reflektier halt, was dir gut tut. Mach davon mehr. Was dich stresst, was dich rausbringt aus deiner Mitte. Mach davon weniger. Vielleicht bin ich müde dann. Das ist meine Klarheit. Die kommt dann da raus und viele diskutieren auch einfach nicht mehr mit mir, weil sie dann auch einfach sagen, oh nee, die hält mir ja andauernd nur einen Spiegel vor. So ein Mist. Aber ich finde das vielleicht auch wirklich einen schönen Schlussgedanken, dass du sagst, jeder hat immer die Möglichkeit, Liebe zu senden. Auf jeden Fall. Ja. Ah ja, stell dir vor, wir sitzen hier, ja. Wir atmen ein. Das ist die Liebe aller Menschen im Idealfall. Ich ignoriere mal die, die Liebe weniger, also die sich abgewendet haben, ein bisschen. Sie ist ja auch immer da. Sie ist ja dann nur nicht unbedingt zwingend im Fokus. Also Energie verschwindet ja auch nicht. Das heißt, dann atmet sie durch uns durch und dann atmen wir sie wieder raus. Das heißt, mit jedem Atemzug, der ja der absolute Beweis ist, dass wir hier leben, geht es ja liebevoll durch meine Absicht raus. So. Und wenn ich wütend bin, geht das Gegenteil raus. Und wenn ich ängstlich bin, geht das Gegenteil raus. Weil mein Bewusstsein mit ausgeatmet wird. Nicht nur über den Ton, den ich rausgebe, sondern schon alleine nur das Atmen. Also kann ich ja gar nicht anders als sagen, energetisch ist meine Grundeinstellung, meine Frequenz, meines Radiosenders pass immer auf diese Harmonie, Balance und wenn es richtig gut läuft, auch nicht 100% des Tages auf Liebe als transformierende Kraft ausgerichtet. Aber schon in diesen höheren, positiv schwingenderen Frequenzen. Und das macht am Ende was besser als vorher. Da würde ich dir zustimmen. Ich glaube, wenn jeder einfach aus dem Herzen ein bisschen mehr Liebe sendet, dann wird die Welt eher besser. Die wird heller. Ja. Irgendwie wird sie heller. Ja. Und das kann ich natürlich nicht und das muss man jetzt vielleicht auch den Menschen einfach zugestehen. Das kann ich natürlich nicht, wenn ich total betroffen bin und ich gerade Ängste um meine Existenz habe, weil das eine Nachfolge der letzten Jahre ist oder weil mein Arbeitgeber Herausforderungen mit dem Kriegsgebiet hatte, Aufträge verloren hat und, und, und. Aber das war halt auch schon immer so und das, finde ich, wird auch schnell polarisierend dahingestellt. In der Natur und überall gab es schon immer zwei Seiten auf alles bezogen und es gibt auch Kriegsgewinner. Und es gibt auch Impfgewinner und es gibt auch Gewinner, die mit Angst bestimmte Umsätze generieren etc. Und wenn einem das bewusst ist, dann ist es ja die Frage, wenn es sowieso alles gibt, dann kann ich mich mindestens im neutralen Feld oder in dem Feld, was mir persönlich bewusst was bedeutet, aufhalten. Und ich glaube, das ist so die Kunst, weil es gibt ja alles. Ich glaube, du hast jetzt noch mal zusammengefasst, was Resilienz ist, oder? Am Ende? Ja. Ja. Guck doch mal, nimm doch mal ein anderes Beispiel. Wir fassen es noch mal zusammen anders. Jetzt bin ich in der Ernährung extrem gut ausgebildet aufgrund meiner Geschichte. Jetzt hypen die da immer alle die vegane Ernährung. Ist doch völlig in Ordnung. Es kommt jetzt wieder auf den Blickwinkel drauf an, den du dir da reinfährst. Dann gehst du in ein Geschäft und dann stehen überall die fertig-veganen Mittel rum. Lebensmittel. Oder vielleicht Füllstoffe. Wenn man dann da drauf schaut, dann ist man zwar vegan, aber hat von der Natur wenig in seinen Körper aufgenommen. Und es ist so dieses, weil du das vorhin gesagt hast, man kommt in diese Situation, dass es eben überall Konfliktpotenzial gibt. Da könnte ich jetzt, wenn die dann ihre Fertigprodukte vegan essen, oder wenn sie ihre Mikrowelle benutzen, hallo? In anderen Ländern ist die verboten. Die Bobi-Werte sind gar nicht mehr messbar. Lebensenergie geht raus. Es ist gar kein Essen mehr in dem Sinne. Keine Nährstoffe mehr. Aber ich kann da nicht den ganzen Tag rumrennen und irgendwie solche Weisheiten von mir geben. Das macht doch auch keinen Spaß. Also habe ich mir angewöhnt, wenn ich frage, kriege keine Antwort. Und viele fragen auch einfach nicht. Oder sie begleiten mich und dann lernen sie mich auch kennen und dann habe ich schon den einen oder anderen zum Umdenken motiviert. Aber jeder bekommt ein kleines bisschen Liebe und Licht. Auf jeden Fall. Das stimmt. Und wenn man klar spricht, heißt es ja nicht. Also, wäre auch nochmal vielleicht ganz wichtig, wenn ich eine Klärung verbal anstrebe, dann ist sie ja liebevoll. Mit einer guten Absicht gesetzt. und vielleicht auch durch NLP mit schönen Worten vielleicht auch noch wertschätzend ausformuliert, wie man so gelernt hat, vielleicht auch. Wenn aber jemand anders dann irgendwie im Laden sagt, ja, aber es ist doch vegan und es ist doch so und so, dann kann das sein, dass der so eine Überzeugung in sich trägt, dass seine positive Absicht zwar schon auch da ist, aber das ist ein Schmerz, dass andere das jetzt nicht so sehen oder dass andere jetzt nicht die Tiere schützen, dass das eine größere Dominanz hat und dann ist die Schwingung eine andere. Ich hoffe, das nochmal so ergänzend gut dargestellt zu haben, weil man sendet auch immer seinen eigenen Unmus mit und wenn man durch die Welt zieht und sagt, ich finde das und das und das und das oder ich bin gerade traurig über meine Beziehung, wir haben uns gerade gestritten, dann ist halt Liebe senden auch ein bisschen anspruchsvoll, weil dann sendet man auch seinen eigenen Scheiß nochmal kurz mit. Das muss man sich in der Energiearbeit auch bewusst machen, dass diese Klarheit, Reinheit auch eine Rolle spielt. So habe ich es vielleicht auch früher nicht gesehen, das hat sich nochmal vertieft die letzten Jahre. Marina, wir hätten auf jeden Fall Themen für eine zweite Stunde. Wir hätten Themen für eine ganze Serie. Es gibt ja auch ganz viel von dir, von daher kann man ja, man muss ja nicht aufhören an der Stelle. Man kriegt ja mehr Marina, wenn man möchte. Das habe ich mir so angewöhnt, dass ich jetzt sogar alles auf YouTube hochlade, was ich die letzten Jahre gemacht habe, weil ich auch denke, da ist so viel dabei. Je nachdem, wo man gerade steht, kann man das nehmen oder auch liegen lassen, wie mit dem Feedback. Ja. Gut. Ein bisschen drüber schmunzeln. Lass uns hier einfach einen Punkt setzen, weil sonst haben wir gleich die zweite Stunde. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Es war ein so bunter Strauß an so vielen Themen, aber doch mit einem Herzen ganz klar in der Mitte. Oh, danke. Sehr schön. Ich danke dir. Und vielleicht bis zu einem nächsten Mal. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte und bei dir lieben. Tschüss. Auf Wiedererlieben. Tschüss. 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 Tschüss.